Erneuerbare Energien, CO2-armes Heizen. Das Heizungs- und Sanitärtechnik-Fachunternehmen Bugelsheim mit Sitz in Weitensfeld im Gurgtal punktet mit Know-how und persönlichem Engagement. Seit über 13 Jahren verbaut der sympathische Betrieb höchst erfolgreich Wärmepumpen der renommierten Hersteller Ochsner und Stiebel Eltron. Diese ausgereifte Technologie ermöglicht Ihnen eine rapide Senkung der Energiekosten bei behaglichem Raumklima. Auch Solaranlagen, Pelletöfen und Hackschnitzelheizungen erfreuen sich bei den zahlreichen zufriedenen Kunden größter Beliebtheit. Biomasse und Fernwärmetechnologien runden das umfassende Angebot perfekt ab. Ein weiteres Standbein des fachlich erstklassigen Betriebes ist die Badsanierung. Hier werden Komplettpakete angeboten, Sie brauchen hinterher nur noch in die Badewanne zu steigen und zu genießen. Heizungs- und Sanitärtechnik Bugelsheim – die Referenzen sprechen. Für sich.